Hallo, ich heiße Maria und das ist mein Wochenende. Ich bin um 8 Uhr morgens aufgewacht. Ich habe ein Toast gegessen. Und ich meine Zähne geputzt. Ich habe um 9 Uhr meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mit meinem Nintendo gespielt. Dann habe ich mit meinem Freundin auf meinem Handy gespielt. Ich habe mit meinem Künstlerblatt gemalt. Ich habe ein Bild von Koya gemalt. Ich habe mit meinem Künstlerblatt gemalt. Ich habe mit meinem Künstlerblatt gedreht und从 dem Künstlerblatt gewartet. Das ist Koya. Ich habe viele Musik gehört und getanzt. Ich habe einen Rang mit dir das Episode gesehen. Ich habe mit dir das Online-Konzert gesehen. Ich habe Arbeit gegessen und habe mich gewohnt. Dann habe ich mich für das Bett gearbeitet. Danke! Tschüss! Tschüss!